So, willkommen zurück. Jetzt habe ich hier nur den kleinen Fehler gemacht. Ich dachte nicht, dass hier eine Polizei oder... Aua. Dass hier so Zeug in der Nähe ist, dachte ich nicht irgendwie. Da war eine Zollliste dabei. Entschuldigung. Ist nicht so effizient, habe ich dir so viel. Was soll ich denn gegen die machen? Oh. Oh. da langweilig los Fahrpanzer noch kurz vor ich komme ich hier wieder raus nein Nein. Okay, das geht nicht. Okay, dann tun wir erstmal einen Upgrade. Ja. Weheke. Weheke. Der geht alles nicht. Das auch nicht? Nein, das auch nicht. Also nur eins nicht. Ich geh doch da. Lass uns mal Powers noch anschauen. Ja, dann nimm die da noch. Können wir die? Ja. Dann haben wir auch endlich mal was gegen Panzer. Dann haben wir noch Zweite. Dann machen wir den Smackdown. Und der ist immer so teuer. Ja, machen wir mal was an. Mach den Spin Sprint, ja. Was auch immer das heißt. Das haben wir schon. Ja, warte mal. Äh. Keine Ahnung. Ach so, das ist das für Devastate. Das sind irgendwelche speziellen, glaube ich. Okay. Adrenalin. Ah. Wollen wir das? Ja. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Wenn wir ganz Low HP sind, dann... Health Boost. Haben wir nichts mehr. Ja, aber das können wir dann mal machen. Ja. Das wäre eigentlich cooler gewesen. Hatten wir aber nicht. Äh. Ja. Ja. Ich bin jetzt hier raus. Ähm. Also. Ja. Was ist der Action für mich? F. E. Halt mal R lange gedrückt. Ah. Okay. Den Panzer lassen wir wegfahren. Vielleicht überfährt er noch den einen oder anderen. Muss ich doch was kaufen. Na. Was brauche ich denn? Fuck. Und wie haben wir das ausgegeben? Ja. 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 Mach mal so ein Ding da. Mach mal das. 2500. Ja. Gut dann. Ja. Mach das mal. Was ist denn das da? Mach das mal. Ne. Das ist in der Nähe doch. Nimm doch das da. Oh. Ich hätte gerne den Hype zerstören. Ja. Wo ist das denn da? Ach. Das ist das, was du auch schon mal gemacht hast. Ah cool. Offenbar war das bevor... Ne. Das war doch ein Totenkopf. Ja. Stimmt. Wie schaffe ich das eigentlich immer? Genau im letzten Moment. Ah. Ja eh. Guck mal. Okay. Also was... Was müssen wir jetzt machen? Okay. Wir lassen uns sein. Und das muss dann durch. Echt? Ach da ist das Ziel. Nein. Es sollte aufhören drüber zu hüpfen. Es kostet nur Zeit. Nein. Ich habe keinen Wiener. Guck mal. Ich habe keinen Wiener. Und das war nicht mehr. Dasingt gegen den. Wir machen uns jetzt mit dem Wiener. Wir nehmen dir noch eine neue Anfängerung. dr meinst du einfach so so ich muss die defender killen das verändert natürlich die ganze sache dann ist es nicht war das ist auch ätzend wenn ich das mal anmerken darf ach ich hätte die killen sollen davor ist das genug für den airwash ich mag die panzer das muss ich jetzt mal echt sagen die sind doch cool war das auto es gibt es irgendwo da drüben gab es noch einen ach was soll es fahren wir einfach die lastwagen sind echt ein behindernis muss man sagen hast du so ein airwash gespielt ne noch nicht das kann ich jetzt mal machen airwash brauchten wir wie viel hat es gerade gebracht 60.000 hä wir haben ewig viel auf einmal schau mal wir können leben skillen wir können jetzt ganz viele sachen dazu skillen nein wir haben nur 4.000 ach 4.000 was hast du mir gelesen 44.000 dann schiebe ich da eigentlich von mir her keine ahnung wir sind einfach unter die durchgefahren und der fährt vor gegen die interne da stand der andere panzer noch ach so stimmt der geht auch noch wir sammeln jetzt panzer 4 und die mich in der forscher kleidung jeweils uns der mann in die kämpft und 1 1 2 2 2 das Material. Dann gehst du in die Stadt und holst das Material von der Hive. Was auch hier passiert, das ist nur das Beginn. Und das wusste ihr alles, oder wie? Ja, klar. Oh, wir betreten hier eine Infected Area. Ja. Aber momentan sind nur 5% der Bevölkerung... Echt, das ist ein Typ, den wir nur konsumieren können. Hey, jetzt kommst du her! Okay. So, jetzt kommt wieder irgendwas, was wir nicht verstehen. Aha. Ich glaube, das habt ihr jetzt alle verstanden. Ja, wer hat das nicht verstanden? Also bitte. Also ich natürlich schon. Ja, ich auch. Und da sind wir ja. Nein, sind wir noch nicht. Wir müssen erst noch 20 Häuser demolieren. Oh. Sieht ja nett aus. Was ist das? Ähm. Ach so! Oh, wir werden die Kyren. Wir gehen noch mal. Jetzt geht's ja auch so. Ach so ist das genetische Material. Aber da oben steht ja wieviel du noch brauchst. Nur so wieviel vier oder so. Ach die infizieren Menschen. Ist ja klar Wassertanks. Ja, aber die musst du nicht zerstören, die kleinen Viecher. Wie willkommen denn da? Dann brauchst du die Wassertanks damit. Wie willkommen denn da? Ist doch scheißegal, die brauchst du nicht. Die sind alle nicht infiziert, die Wassertanks. Die nutzen mir nichts. Genau der da. Warte. Achso, Schiff, stimmt. Oh nein, so eins. Muss nicht hin, ist kein Genmaterial gewesen. Ich glaube, der ist vorher gespielt. Fuck. Oh komm, gibt's auch Züge? Müssen wir nachher mal testen. Nein. Warte mal, wie kann ich nochmal dieses komische Menü aufrufen? Ja. Warte mal, wie kann ich nochmal dieses komische Menü aufrufen? Oh, das Viech folgt mir. Oh, das Viech folgt mir. Du bist jetzt schon mal reden. Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, es gab kein genetisches Material, oder? Ist wieder explodiert. Ja, wahrscheinlich. Ich bin unfähig für diese Mission. Entschuldigung. Entschuldigung. Das musste sein. Was macht's? Gut. Ich kann stillstehende Objekte nie töten. Das geht mir immer so. Ist ja irgendwie viel zu einfach. Das geht nicht. So. Ich glaube, ich geb's auf. Wo ist jetzt der Scheiß? Ganz oben. Ist ja ganz oben. Jetzt hast du das mal. Ich versteh nicht, wann macht er das? Ist das geil. Ist das geil. Aber jetzt ist es jetzt ein Test, warte. Heute ist das krass. Aha. Wie schaff ich das immer? Der Haupttache. Der Haupttache. Ich war raus zu sehen, gerade die Helis kaputt. Ist ja auch nicht geplant eigentlich. Das ist wahrscheinlich ne Erde. Wahrscheinlich ist der auch geplant. Jetzt brauchst du das nicht für die Mission hier. Ja. 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 nothin' Alter, man kann's doch echt übertreiben. Nee, da ist so ein Hive. Ich bin echt gut in diesem Spiel, muss man sagen. Was muss ich jetzt machen? Ja, auch wieder Genetic Material. Mal von rein. Jetzt kommt er doch nicht automatisch los. Hier rutsch. Das bringt alles los. Ich wollte eigentlich den Hubschrauber erwischen. Das war aber auch sehr ewig. Ja. Ja, da brauche ich ja echt ewig. Ich könnte mir so ein Panzer holen. Bei, nein, da bin ich zu unbeweglich. Und ich glaube gegen die Viecher bist du ein Panzer eh im Arsch. Ja. Da hatte ich ja schon gegen das eine Einzigste der Probleme. Außer, das ist da halt nicht geil. Das ist aber ein bisschen kürzer. Das bringt den, glaube ich, auf Leben. So. Keine Flaschen umschmeißen. Das hatten wir schon oft genug. So ganz hatten wir. Das hört sofort auf, auf mich in Panzerfäusten zu schießen. Ich tue euch doch gar nichts. Ich renne hier nur unbeteiligt hin und her. So. Wie viel Typen hat eigentlich diese Organisation? Ja, schon ein paar eigentlich. Ja, so ein paar Tausend. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen es. Was? Warning. Heavy. Inquity. 75%. Keine Ahnung was der meint. Oh, er fordert eine Blackjahr dann. Äh, Blackjahr nicht mal an. Äh, wie heißt das? Der Hubschrauber. Strike Team. Strike Team. Blackjahr. Was? Keine Ahnung. Ich weiß doch, mit Namen bin ich immer sehr frei erfinderisch. Ich hab's gut. Das hat zum Glück nicht lange gedauert. Ich hab schon 100.000. Eine Million. Hey! 22.000. 22 Upgrades unlocked. Nein. Der Lick. Aber nur 25.000 EP, dafür können wir uns ja nichts kaufen. Ja, eben. Okay. Dann machen wir an der Stelle immer wieder einen Cut. Bis jetzt. Bis zum nächsten Mal.